Heute blicken wir wieder nach Sachsen, denn es gibt ein Umfrageergebnis aus dem Januar, das ich euch noch gar nicht vorgestellt habe, nämlich das von Infratestima vom 25. Januar und das möchte ich in diesem Video nachholen. Das heißt, wir schauen uns dieses Ergebnis mal etwas genauer an, aber ihr seht ja auf dieser Folie auch noch die Ergebnisse von Forsa, der Wahlkreisprognose und Sibbel vom Januar und so habt ihr ein bisschen auch einen Überblick, was denn die jüngsten Umfrageergebnisse generell in Sachsen waren. Ansonsten gilt, der Stand der Dinge für dieses Video ist der vorgestrige Montag, also der 5. Februar 2024. Und ja, wenn wir uns dieses Ergebnis von Infratestima anschauen, dann sehen wir ganz vorne die AfD, die kommt auf 35% und liegt damit klar oberhalb des Ergebnisses der letzten Landtagswahl. Das heißt, es sieht so aus, als könnte die AfD tatsächlich in Sachsen erstmals stärkste Kraft werden bei der Landtagswahl. Auch Forsa und Sibbel sagen, dass ja nur bei der Wahlkreisprognose liegt die CDU vorne. Also insgesamt kann man doch tatsächlich davon ausgehen, dass eher die AfD als die CDU auf Rang 1 liegt. Die CDU wiederum mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer kommt auf 30% bei Infratestima. Das ist ein Minus von 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Und damit würde die CDU eben von Rang 1 auf Rang 2 rutschen. Ja, und dann gilt auch bei Infratestima, was bei den anderen Meinungsforschungsinstituten gilt, hinter AfD und CDU kommt lange nichts. Und zwar wirklich sehr lange nichts, denn die nächststärkere Partei hat einen einstelligen Wert. Und das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, das bei Infratestima mit 8% auf Rang 3 kommt. Ja, und damit haben wir ein weiteres Ergebnis für das Bündnis Sarah Wagenknecht hier stehen. Und ja, die Streuung, die wir jetzt haben, bleibt zwar erhalten von 4 bis 15,5%, aber das Ergebnis von Infratestima liegt so ein bisschen dazwischen, wenn man das mal so sagen will. Also wo das Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich momentan liegt, ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Denn laut Forsa würde es ja das Bündnis Sarah Wagenknecht gar nicht in den Landtag schaffen. Bei der Wahlkreisprognose haben wir dagegen 15,5% in einem sehr klaren dritten Rang stehen. Ja, und bei Infratestima sind es jetzt eben 8%. Also das würde zumindest für den Einzug in den Landtag sicher reichen. Und vielleicht würde es ja auch zu Rang 3 reichen. Aber SPD und Grüne folgen ja knapp dahinter. Naja, nehmen wir diese 8% erstmal zur Kenntnis. Und wir gucken dann mal, wie sich die Werte im Laufe der nächsten Zeit entwickeln werden. Das würde bedeuten, dass Bündnis Sarah Wagenknecht würde es auf Anhieb in den Landtag schaffen. SPD und Grüne, ich habe es ja eben schon gesagt, die liegen knapp dahinter. Die liegen bei jeweils 7%. Die teilen sich aktuell Rang 4. Und ja, duellieren sich da um Rang 4. Im Vergleich zu 2019 bedeutet das für beide Parteien Verluste. Für die Grünen allerdings mehr als für die SPD. Und dann sehen wir, dass die Linke es aktuell nicht mehr in den Landtag schaffen würde. 4% sind es. 10,4% waren es bei der letzten Landtagswahl. Die Linke würde sich also mehr als halbieren. Und ja, in diesem Fall wäre das ein zu großer Verlust, um im Landtag drinnen zu bleiben. Es sind dann eben laut Infratestimap nur noch 4%. Anders als bei Forza, der Wahlkreisprognose und Silvey, da lag die Linke ja jeweils über 5%. Die FDP wiederum, die scheint gar nicht in den Landtag einzuziehen. Denn ja, sie wird gar nicht mal mit einem eigenen Wert angegeben. Also da scheint es nicht mal knapp zu sein. Und insgesamt haben wir bei den sonstigen 9% stehen. Aber da ist nicht bekannt, dass es für eine der sonstigen Parteien zum Einzug in den Landtag reichen würde. So, gehen wir mal auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da sehen wir zwei große Gewinner. Das BSW plus 8,0% Punkte und die AfD plus 7,5% Punkte. Ansonsten sehen wir Verliererbalken. Allerdings ist der bei der SPD verhältnismäßig klein mit minus 0,7% Punkten. Die Grünen folgen mit minus 1,6% Punkten. Dann die Partei des Ministerpräsidenten, die CDU minus 2,1% Punkte und sonstige. Und Linke haben hier die größten Veränderungen im Vergleich zur letzten Wahl. Und zwar im negativen Sinne. Minus 4,7% Punkte sind es bei den sonstigen. Und minus 6,4% Punkte sind es bei der Linken. Wie gesagt, das reicht nicht, um im Landtag vertreten zu bleiben oder vertreten zu sein. So, schauen wir auf die Sitzverteilung. 120 Sitze gibt es regulär in Sachsen im Landtag. Das BSW würde sich 11 Sitze holen. Die SPD 9, die Grünen 9. Die CDU 42 und die AfD 49. Und wenn wir auf die realistischen Koalitionsoptionen blicken, dann ist das Ganze eigentlich relativ schnell erzählt. Es gibt nur ein Bündnis, das Chancen hat auf eine absolute Mehrheit. Das ist die aktuell regierende Kenia-Koalition. Zusammen kommt man hier bei Infratestimap allerdings nur auf 60 Sitze. Also genau auf 50% der Sitze. Und das reicht eben nicht für die absolute Mehrheit. Das heißt, es ist gut möglich, dass nach der nächsten Wahl in Sachsen erstmal eine Patz-Situation vorherrscht. Zumindest wenn man auf die bisher realistischen Koalitionsoptionen blickt. Oder mit anderen Worten, ohne BSW oder ohne AfD geht es dann aktuell nicht in Sachsen, um eine Regierung mit absoluter Mehrheit zu bilden. Für den Fall, dass die Linke es irgendwie in den Landtag doch schaffen würde, würde sich das Bild verfestigen, was diese Patz-Situation der bisherigen Koalitionsoptionen betrifft. Denn dann hätte die Kenia-Koalition nur noch 58 Sitze und wäre klarer von der absoluten Mehrheit entfernt. Also hier in dem Fall könnte man ja noch sagen, naja, schon leichte Veränderungen könnten ja reichen zur Verteidigung der absoluten Mehrheit. In diesem Fall hier mit der Linken muss man sagen, ist es dann doch relativ unwahrscheinlich, dass es für die Verteidigung oder zur Verteidigung der absoluten Mehrheit reichen wird. Ja, aber vieles könnte wahrscheinlich auch davon abhängen, wie stark das Bündnis Sacha-Wagenknecht tatsächlich werden wird. Ich zeige euch mal hier nochmal das Ergebnis von Forza, das ich euch mal gezeigt habe. Also ungemüßt in eine Sitzverteilung. Da wäre das BSW außerhalb des Parlamentes und ja, da würde es tatsächlich zu einer absoluten Mehrheit für die Kenia-Koalition reichen. Das heißt, es könnte eng werden für die Kenia-Koalition, aber man muss auch tatsächlich davon ausgehen, dass es womöglich nicht reichen wird zur absoluten Mehrheit und die bisherigen realistischen Koalitionsoptionen dann eben nicht ausreichen werden für die absolute Mehrheit. Aber wir müssen mal abwarten, was die Umfrageergebnisse in der nächsten Zeit zu sagen werden und wie sie sich entwickeln werden. Das war jetzt heute das Video zum Ergebnis von Infratest Dimap und das soll es zu diesem Video gewesen sein.